Moin, ich bin Melina, ich bin 17 Jahre alt und komme aus der Klasse 3 am CD. Wir sind hier am Museum in der Unterpreise Dragons, die sich komplett in den Sport träumt. Das Unterpreis fahre in den Bereichen Akademie, Teamsport, Fitness und wir sind auch im Sektor von der Santé verträgt. Es ist seit vier Jahren in dieser Unterpreise und ich habe schon mal das herausgelegt, und ich möchte gut finden neben dem ganzen Schulstrasse, einfach mal ein bisschen sportlich zu betechen, ohne dafür mehr Zeit zu haben, dafür muss ich hier zu gehen an dem See. Ich lehre an den Schülern, wie sie bei internen und externen Sportkompetitionen teilholen können und auch ein bisschen lehren, wie ich Sporteventen organisiert habe, auf Veranstaltungen richtig viel berät. So sind wir auch während dem ganzen Jahr vier Eventen zuständig, wie zum Beispiel unseren beliebten Sportstag, verschiedene Kompetitionen. Wir gehen los, um den Sport und andere Schülern weiter, und da sind auch immer bereit, sich an verschiedene Kompetenzen zu verbessern und sich auch an den Sport zu erweitern. Wir sind nicht nur im Kurs Sport aktiv, mehr auch im Sektor von der Santé. Da sind wir auch momentan umgegangen, ein neues Projekt auszubauen, in dem es geht, der Schüler während dem Kurs eigentlich nicht zu gehen, sich Kurs sportlich zu betechen. Das machen wir auch in Form von Videoen, die das 400-Klasse-Projekt C hat. Und das ermöglicht die Schüler, sich kurz während dem Kurs sportlich zu betechen, weil nur alle in der Stunde sitzen, das ist einfach mal gut, die Kürbänke kurz zu bewegen, um Gedanken frei zu kriegen. Wir machen auch aufmerksam, ob Bewegungen im Alltag und wie sie sich ernähren können. Des Weiteren, Lea de Vier ist sich richtig bei der Kippe Sport auch der Behörde und alle Altersgruppen inkludiert und auch Kinder ausschließt. So ist es eine Möglichkeit, sich kreativ auszuleben und neue Ideen sind auch immer wirklich willkommen. Aber wenn zum Beispiel sich beim Sport verbessern will, sind auch alle Sportproppen bereit, direkt zu helfen. Wir holen also selber designte Merch, den auch viele Farben verfügbar ist, und man selber designte Logo beträgt. Das kann man auch bei unserem Online-Shop teamlein.alu in dem Sektor, die sich am besten befinden. Da sind dann alles pro Dünn aufgelöscht, da das in einer anderen Pulloverin, T-Shirtin, Masken und Buffin.